Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trouble in Terrorist Town mit dem Dennis, dem Taros, dem Currywurst, dem Benni und dem Peysett die sind heute alle tapferen Kollegen und Mitstreiter, voll Idioten Patrick Alter, dein Ernst? Ja, ich wollt's mal ausprobieren Und ich bin übrigens unschuldig Das erinnert mich an den Aufzug ein bisschen, oder? Der Benni, der hat immer irgendwas gegen mich Und was hab ich dir getan, Benni? Der Patrick ist tot, du darfst eigentlich nicht reden Die Wunde läuft schon, muss man ganz kurz erwähnen Und obendrauf bin ich natürlich hier am Start als Unschuldiger Wer ist das? Currywurst? Ja, als Unschuldiger Und Slay-Messe Leute! Irgendwas mit dem... Der Patrick ist glaube ich tot, oder? Erschieß mich, erschieß mich Ich kann's ehrlich verraten, der Patrick hat versucht unter der Tür durchzukriegen und wurde von der Tür zerdrückt Ich hab's live gesehen Und manchmal laggt es ein bisschen, weil ich hier immer noch in den USA spiele dieses Game Aktuell Obendrauf spielen wir hier so eine Space Station Karte Das ist ganz interessant Wo ist der Dennis eigentlich? Da ist der Dennis Wo ist die Tür, wo ist die Tür? Aha, der Dennis Ich zeig euch das, komm mit, zeig uns das Hier, guck Oh Wie er die Leiche da hingetragen hat, weißt du? Ja, 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 mit seinem Magnetus-Dick Mhh, Dennis, mhh Da hat sich gerade jemand von der Gruppe getrennt Der Sarrazar, der sammelt heimlich Waffen ein Oh nein, wir sind mit Dennis alleine Ich hatte keine Ja, immer ich, weißt du, der Patrick wut von der Tür zerdrückt Ohne Scheiß Das könnt ihr mir so vorstellen Wenn der sich so dafür interessiert, dass ich mich von der Gruppe getrennt hab Dass er die Leiche, dass er die Leiche dahin getragen hat Ich bin hier mit dem Sarrazar, ne? Ich sag's nochmal Hier, zack Und dann machst du hier, weißt du? Patrick, Patrick, Patrick Ey, was glitscht denn da rum? Patrick, Patrick Alter, was ist das denn? Ja, ich nehme Patrick jetzt mit zu... Ah, Dennis Oh mein Gott Ah, Scheiße Ich durfte jetzt nicht sagen, dass es der Dennis war Nee, das kann ich eigentlich nicht sagen Das dürfen wir nicht sagen, nochmal zur Erklärung Ja, solange du nicht tot bist, ne, darfst du das sagen Der Dennis ist nochmal, sorry, dass ich eben noch geredet habe Aber ich hab einfach nicht drüber nachgedacht Vielleicht hat jemand auch die erste Folge verpasst In dem Spiel geht's eigentlich daran, es gibt sechs Spieler und einer ist Verräter Und keiner weiß, wer der Verräter ist Der Curry ist gerade voll am Eskalieren, Alter Aber Dennis, warst du das mit der Tür oder war ich das? Das warst du Ich weiß, ich hab gar nicht gedrückt Ich wollte einfach mal ausprobieren, ob ich noch durchpasst Egal Okay, weiter geht's Ja, dann warst du es, ja Aber vorher habe ich gedrückt Ja, trotzdem Eis, Eis, Baby Ja und Leute, es tut uns leid Konsequenzen sind dir doch klar Es tut uns leid, wenn wir immer alle durcheinander quatschen und so, ne Das passiert halt Das ist noch ein bisschen besser, meine Kommunikation Die Euphorie Oh, na gut Du bist wieder kein Traitor, Alter Traitor? Eis, Eis, Baby Welt, na ne ne Der Leuchtuthause Beleuchtet was so offen wirklich sagst, bist dus Mi mi mi... Mit別le Alle, wir sind ja alle hier Habe gelernt, wenn der Wald die Leute verdächtigt, ist er es Ja Ja, wenn er so leise ist. Hinterher, 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 du willst ihn jetzt wirklich fünf Minuten lang belagern. Ey, jetzt töte dich jetzt echt, denn ich bin unschuldig. Ich brauche ne Waffe, ich habe nicht mal ne Pistole oder irgendwas. Ich brauche noch gar nichts. Ah, jetzt. Was willst du denn mit der Waffe machen? Mich verteidigen. Vor dir, Paisel, so. Natürlich. Der Taros, der Taros will mich umbringen. Was? Ich stehe doch hier oben rum? Ja, der zielt auf mich. Ich hab nur, ich war nur, ey, ey, Leute, ihr vertraut mir doch. Nee. Vertraut mir. Ich vertraue niemandem. Ja auch nicht. Im Lager ist die ganze Zeit der Sarraza, weil der ist mir zu... Ich muss nur eine Waffe holen, weil die Stimmung hier ist so angespannt. Guck mal, der geht immer in Position und dann merkt er, wenn die Waffe da steht. Guck mal, jetzt zielt er, zielt er, der ist es so ne Pro, alter Leute, ohne Scheiß. Ja, du bist es doch. Ja, ich war doch vorhin Sarraza. Wenn du so anstiftest, dass eh es wäre, willst du doch... Boah, alter Leute, beruhigt euch doch. Der Walle war es tatsächlich nicht. Alter, du hast mich einfach geschlossen. Ey, hör auf auf mich zu schießen. Nein, ich bin's nicht, Mann. Leute, hör auf, hör auf. Ich werde abgeklärt von irgendjemandem. Hör auf, von wem, von wem. Ey, ey, ey. Der Patrick hat auf mich geschlossen. Ich will das. Ich hab... Nein. Nein. Alter. Der Patrick war es nicht. Patrick war es nicht. Nee. Oh, warte, wir dürfen gar nicht reden eigentlich. Nein, ich... Gerade weil das Spiel so simpel ist, ist eigentlich echt cool. Ich schwöre auf Gott, sagt er. Ey. Ey. Okay, dann ist es der Curry. Der Curry ist es. Draufs. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Benni. Hä? Du bist irgendwie so komisch drauf. Lebt der Curry überhaupt noch? Wohin warst du nicht so drauf. Ja, der Curry. Nein, ey, Mann, das war der Curry. Ach. Es tut mir leid. Wo ist der Curry denn hin? Wie geil. Ich wusste es. Von Anfang an. Warte, wir dürfen nicht reden, warte. Wir müssen ruhig sein. Aber okay, jetzt ist es ja schon... Es sind ja nur noch zwei übrig, dann ist ja klar. Oh nein, es tut mir leid. Ich feier das voll. Ja, vor allem, ich wusste es von Anfang an, das ist ja ziemlich relativ. Wo ist der denn jetzt hier? Der Walle war mir so verdächtig, ne, die ganze Zeit. Wie er sich da hingestellt hat und immer gezielt hat. Du hast mich umgebracht und ich war unschuldig, Alter. Aber da siehst du mal, ne? Boah, jetzt ist das Duell Curry oder Taros. Find ich ja nicht mal. Was tippt ihr, was tippt ihr, was tippt ihr? Ich dachte, Curry macht's. Warst du, Benni? Ja, ne, bessere Waffe. Wie der Curry auch kein Wort sagt, ne? Ist das immer so, wenn der Traitor ist? Ja, ja, das ist immer so, wenn er Traitor ist. Achso, okay. Oder er redet ganz hoch. Ich muss mich mal wieder tiefer riechen. Die User sollen uns jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob der Taros es packt oder der Curry. Aber jetzt reinschreiben. Ich sag, ich sag Curry. Curry macht das Ding. Da geht gleich ne Bombe hoch. Er hat irgendwo ne Bombe gelegt. Benni, warum sagst du denn? Martin. Oh, oh. Spiel entscheidend. Ich glaube, ich werde jetzt sterben. Ja, wenn er jetzt da reingerannt wäre, hätte der Taros die Vollfahrt... Der Taros ist eh am anderen Ende der Map. Ihr müsst wohl ewig, bis ihr mal wieder aufeinander trefft. Okay, okay. Ich geh wieder zurück. Jetzt gehen auch noch die Türen zu. Solche Hinweise dürfen wir endlich auch gar nicht geben, oder? Ja. Ich bin jetzt still. Weil jetzt, guck mal, eigentlich muss der, ähm, Taros ist für die 5 Minuten... Ja, also momentan würde ich ja noch gewinnen oder so. Ja, stimmt. Oder wie ist es mit diesem Haze-Modus da? So weit kommen wir wahrscheinlich nie, oder? Die Karte ist auch ziemlich weitläufig hier, ne? Komm ich eh nicht durch? Hä? Ich höre die Tür nicht aufkriegt. Nein, nein, ich will die Tür ja gar nicht aufkriegen. Ich mach grad was anderes. Bahas, du bist Traitor. Der ist voll am Campen. Nee, nee. Der ist im Shop. Wie ein Holländer. Oh. Puh. Der sagt man doch über Holländer, ne? Immer Campingwagen und so. Ja, ja. Fahr mal. Die Autobahn, ey. Das ist richtig schlimm. Boah. Mit Taktik hier. Ich find aber Campen eigentlich ziemlich cool. Boah, krass Rauchgranate. Ja, keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Hey Sascha. Richtig gut gemacht Sascha. Gegen den Schrotfilter. Die Schrotfilter war natürlich nice. Ja, da hast du keine Chance. Na ja. Ich hab mir extra noch Amor geholt und so. Aber ich... Aber ich möchte mich mal grad beim Benni entschuldigen. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich hab am Sarra zu entschuldigen. Wie der Benni... Wie der Benni ausgeflippt ist und so... Ach nee, Mann ey. Er hat am liebsten seinen ganzen Computer zusammengeschlagen. Ich bin nicht weiter. Was geh ich sagen? Ja, ist auf jeden Fall echt lustig. Und lasst uns wissen, wie ihr es findet. Erfreut uns immer. Ein netter Kommentar. Oder einen Daumen hoch. Oder einen Daumen runter. Wie immer. Dazu ist es ja da, das Voting-System. Auch das muss man ja mal sagen. Weil viele das ja... Könnt es auch so einfach immer besser einschätzen. Was euch gefällt und welche Karte euch gefallen hat und so. Damit wir wissen ungefähr, was ihr denn auch sehen wollt. Ey, ich bin schon wieder kein Schwester. Das darf nicht wahr sein. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Curry ist es. Ja. Und ich muss sagen, mir macht das Spiel richtig Laune. Ja, mir auch. Weil es einfach so viel ist. Weil es ist immer wieder was anderes. Ja. Obwohl es eigentlich dasselbe Prinzip immer wieder ist. Oh. Benni. So, Taros und Dennis sind die Weile. Das nutze ich nicht ab. Das ist Benni. Das ist wie Verstecken oder Fangen spielen. Das ist immer wieder lustig. Benni. Oh, ich brauche unbedingt eine Waffe. Ah, und jetzt kommen auch die anderen. Sag mir, dass du nett bist, Benni. Sag mir, dass du nett bist, Benni. Hallo. Sag mir, dass du nett bist. Sag mir, dass du nett bist. Ja, ja. Bin nett, ja. Ja. Ja, es gibt noch einen Detektiv übrigens. Kann man ganz gut sagen. Aber den haben wir jetzt ausgestellt. Was kann der machen? Ähm, der kann Leichen untersuchen und so. Und kann dann sehen, wer die, ähm, also wer den abgeleitet hat. Und kann dann ausschließen, wer der Traitor ist. Ja, ja. Cool. So weit sind wir noch nicht. Ich bin hier mit dem Sarazar. Ich bin hier mit dem Sarazar. Ja. Der ist nämlich, weil der, weil der ist wieder so still. Ja, der lief eben so. Aber dazu brauchst du eine Waffe. Warum? Das frage ich mich aber auch. Mhm. Ich glaube der Taros ist es. Ey, T-N-E Conny. Wat? Ja doch, der Taros. T-N-E. Wie er sich jetzt aus eigentlich genervt hat. Ja, ja. Gar nicht, Alter. Ich hatte ja auch nicht. Da war ja noch am Blatt daneben. Der Haste Mode beginnt in 3,44. Das kann ich doch bestimmt nicht als Traitor sagen. Doch, doch. Ja, kannst du sagen. Das steht da. Ja, was kann ich denn sonst sagen. Innocent steht da in Haste Mode und 100. Äh, was ist denn wenn du auf C drückst? Ich bin unschuldig. Ohne Schein. Nix. Nix. Also komm auf keinen grünen Nenner. Ja. Ich spalte mich ab und schau mal wer irgendwie mit mir kommt. Der grüne Nenner. Walle, was siehst du denn wenn du C drückst? Nichts. Es öffnet sich gar nicht. Der Dennis ist es. Ja klar. Aber Dennis, darf ich dich erschießen? Immer der Dennis. Ja mach mal. Ernsthaft Curry. Ernsthaft Curry. Ernsthaft Curry. Ernsthaft Curry. Wenn du schießt, schieß ich auch. Ja? Moment, ich halt mal dem Curry da in den Kopf. Ich glaub Dennis ist es wirklich. Ernsthaft Curry. Nee, es ist der Hundertbruder Curry. Komm wir stellen uns mal in so einen Kreis einfach. Aber alter schieß wer auf mich schießt er. Nein, Tor. Er tot. Wurde erschossen. Er war groß. Wo? Taros war bei dir. Taros war nicht da. War ich nicht doch. Ich kann es nicht sagen. Taros war nicht da. Auf den Taros. Ich hatte doch recht mit meiner. Basta, du warst es aber nicht oder? Nein, ich war jetzt wirklich nicht. Warum schießt du Mann? Weil du es bist. Nein, er war es nicht. Er war es nicht. Ich bin es doch nicht. Ich bin es doch nicht. Er war es nicht. Curry danke Mann. Sascha leckt mich einfach. Ich hab es doch gesehen. Es hätte ja klappen können. Du miese Schweine. Er war es nicht. Er war es auch nicht. Sascha zieht ja die Nummer noch komplett durch. Aber der Taros muss es noch lernen. Du darfst nicht sprechen, wenn du tot bist. Also gar nicht sprechen. Gar nichts. Wir sagen, ich bin doch getötet worden. Nee, das ist ja der Sinn. Wir sehen ja nicht wer getötet wurde. Wir wissen das ja gar nicht. Da hast recht. Unter Umständen. Außer wenn jetzt noch zwei leben oder so. Weißt du, das ist eindeutig. Oh Mann, der Dennis war es auch nicht. Oh nein. Das geile war, ich wollte den Sascha eigentlich verarschen. Ich wollte sagen, Sascha du warst es doch nicht. Und wollte die ganze Zeit hinter dem herlaufen und dann den Rücken schießen. Aber der hat es nicht. Also keine Game-Labererei zumindest, wenn man tot ist. Die irgendwie sich aufs Spiel bezieht. Da sollte man es. Habt er recht. Muss ich mir noch dann gewöhnen. Aber man kann doch auf die Statistik gucken, oder? Muss ich mich noch dann gewöhnen. Ne, da steht ja nicht, ob du tot bist. Nur wenn die Leiche gefunden wurde. Von einem. Aber die Tode stehen doch da, oder? Glaube nicht. Doch, die Tode stehen da. Ja, aber deswegen nicht auf die Statistik drücken, Leute. Fairerweise. Also das geht auch nur, wenn man alle Tode im Gedächtnis hat. Wenn ich jetzt wüsste, der Curry hat drei und dann auf einmal vier. Aber das weiß ich ja nicht. Na, Saratza ist wieder ziemlich still. Sag nämlich gerade. Also ich bin unschuldig. Ich bin auch unschuldig. Was ist denn da, wenn du C drückst, Saratza? Nix. Nichts? Gar nix. Nischt. Nischt, nischt. Dann campen wir jetzt alle hier. Jetzt stehen wir wieder alle hier. Das ist nix. Der Walle da hinten. Guck mal, guck mal. Wie der Benni. Der Benni, haut ab. Ich suche nur ne Waffe. Ach, warum denn Benni? Damit ich mich verteidigen kann. Ja. Wenn das Tor zugemacht. Nein! Nein! Walle! Walle! Nein! Oh! Ah! Ah! Benni! Hä? Benni! Ja, wo gibt's denn hier Waffen? Warum brauchst du denn ne Waffe? Ich will mich verteidigen, Mann! Drück mal auf C, dann öffnet sich so ein Menü und dann kannst du Waffen kaufen. Nein, das geht nicht gerade. Der Walle ist tot. Der Walle ist tot. Ich hab die Leiche gefunden. Wenn es Patrick ist. Dann muss es Patrick sein. Weil Patrick war der Einzige, der auf der Seite war. Auf ihn. Nein! Doch! Auf den Patrick. Doch, natürlich war der Walle. Der Einzige. Ey Leute, das ist ne Falle. Der Benni war auch bei mir. Nein, ich war bei euch. Ich war bei euch. Ey Leute, es ist ne Falle. Es ist keine Falle. Doch, weil der Curry ist es. Der Curry war im Zischenraum alleine. Nein, das ist doch kein... Ja komm, erschieß mich. Komm. Der kann so gut lügen, das ist unglaublich. Komm mit seiner dummen Nummer hier. Komm, erschieß mich. Alter. Erschieß mich doch. Aber dann bin ich wieder der Buh, Mann. Erschieß... Der Patrick ist es, Mann! Nein! Scheiße. Ey, weißt du... Das ist ne Falle. Wir haben nach dem Tod verraten, Curry. Ja, wir haben es aber alle gesehen. Das war schon okay. Wir haben es alle gesehen eigentlich. Der Patrick war der Einzige, der hier mit Sarazza auf der Seite war, als das Tor zu sehen. Ja, zu offensichtlich, Patrick. Zu offensichtlich war er. Ja, ich sag ja, ich übe das. Es war ne Falle. Ich bin noch Lehrling. Es ist ne Falle, Dennis, weißt du, ey. Es ist ne Falle. Es wäre... Wenn auch einer mit mir rumgelaufen wäre auf der anderen Seite, dann wäre es besser gewesen. Auf jeden Fall. Er ist so einstingend und sagt nach dem Curry, wie gut er lügen kann. Patrick, ey. Du bist... Du bist... Du bist unten durch einfach. Nee. Patrick, ist okay. Ihr könnt das einfach alle zu gut. Ja, vielleicht noch kurze Info. Currywurst und Dennis und Benni kennen ja die meisten aus GTA und DayZ. Und der Taros und der PayZ. Die zocken ja auch öfter mal mit. Bei DayZ haben sie zum Beispiel mitgespielt. Und hier bei TTT sind sie jetzt auch dabei. Freue ich mich drüber. Es sind nämlich auch nette Jungs, die auch bei der Playmassive rumschustern. Geil. Es bleibt sozusagen ne Familie. Aber wir werden das Game, denke ich, auch noch mit vielen anderen Let's Playern zocken. Keine Ahnung, wer da alles Bock drauf hat. Es spielen ja auch viele. Und es ist echt ganz geil. Also mir macht Spaß. Und ich glaube, es könnte auch lustig mit anderen Leuten noch werden. Ich glaube, die Piets spielen. Ich habe Papa ins Gesicht geschossen. Geht das nicht rum. Ich glaube, die Piets. Dann glaube ich... Der GLP und Devito zocken das. Und Taddle und so. Glaub ich auch in Adi. Die spielen das auch alle. Spielen auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute. Und es macht auch echt Laune. Echt Laune. Ja. Also ich glaube, gerade der Saratzer ist es nicht. Weil als Traitor das jetzt gerade alles so zu erklären... Der Saratzer ist es nicht. Der Walle, der ist inzwischen... Oder der hat noch nicht nach unten links geguckt. Oder der ist einfach... Der ist einfach ganz... Kann auch sein. Ein ganz großer Schlingel. Ich bin einfach unschuldig. Ihr seid alle Schlingel. Was? Ich will nicht alleine sein mit einem von euch. Ja. Der Taros ist hier ganz alleine. Also beim Curry würde ich mal gerne in die Schule noch mal gehen. Der soll mir das mal beibringen. Taros? Ja. Der kann bestimmt auch gut Poker spielen. Der Dennis hat noch kein Wort gesagt. Der Dennis hat noch kein Wort gesagt. Der Dennis hat noch kein Wort gesagt. Ja, weil er alle quatsch. Ich will ja nicht mehr machen. Ja, 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 ja. Guck mal, ich kann mal die Kameras wechseln. Oh, cool, Dennis. Lenk nicht ab. Ja, cool, Dennis. Ich glaube, ich muss es riskieren. Aber das kann man nur als Traitor machen. Der Saratak hat das Tor zu gemacht und da hinten... Warum macht ihr das Tor zu, Leute? Wo kam der Curry her? Wo kam der Curry her? Hier aus dem Tor. Damit ihr keiner rauskommt. Ja, aus dem Tor. Komm hier rein, Curry in den Raum. Komm hier rein und macht Tür zu. So, jetzt sind wir unter uns hier. Komm rein und macht Tür zu. Jetzt müssen wir da klären, Leute. Wer haut ab? Nein! Machen wir jetzt das offizielle Taubenisschen-Fansong. Wer haut ab? Der Curry ist abgehauen. Da hat sich jemand umgebracht. Dennis, nicht schießen. Nein! Ich schieß gar nicht auf mich. Das ist hinter dir. Ey, ey, wer ist das? Der schießt auf mich. Hab ich dich umgebracht? Oh. Ja, das kommt davon, wenn du einfach angreifst. Den Duckjump hab ich immer wieder verlernt. Früher hab ich den voll drauf gehabt. Bin hier in Freistunden nach Hause gefahren, um Half-Life zocken zu können. Oh, nur noch 56 die leben. Scheiße. Der Currywurst ist tot. Ich glaub, ich verdächtige den Currywurst. Ich glaub, ich verdächtige den Currywurst. Ja, ich glaub auch der Curry. Currywurst ist es. Der redet auch wieder kein Wort. Ich such den die ganze Zeit. Ich find den aber nicht. Dennis, der Currywurst ist es. Ja, der ist es. Hast du hier gesehen, wie ich eben angegriffen wurde von der Seite? Ja, ja. Ich stand ja neben dir. Wo ist der Schweinepriester? Der sitzt wahrscheinlich wieder hinten. Guck mal, der sagt auch gar nichts mehr. Hörst du, hier geht die ganze Zeit ein Tor auf oder so? Ja, das war ich. Wurde eingesperrt. Boah. Boah. Der Curry ist da um die Ecke, pass auf. Vorsicht. Bitte, dass ich hier schieße. Nein! Ah, scheiße. Haha, Currywurst. So wenig Leben, ey. Aber du machst das zu offensichtlich, Curry. Du musst mal mehr reden. Warum soll ich das? Ich war danach erst leise, als klar war. War ja gar nicht klar. Als klar war. Klar war es klar. Aber Benni? Ja, klar war es klar. Du hast auch auf mich geschossen. Ja. Aber du hast angefangen. Ja. Wir alle direkt eskalieren, wenn einer mal anfängt zu schießen. Ja. Lassen alle aus. Ah, er schießt. Oh nein, er hat geschossen. Oh. Er auch. So. Eine neue Runde, meine Damen und Herren. Neues Glück. Gewinne, gewinne, gewinne. Eine neue Runde. Auf geht's. Eine neue Runde. Wie ein neues Leben. Seid ihr früher eigentlich gerne auf den Yama gegangen oder die Kirmes? Ja. Ja, total gern. Ich wollte grad sagen, heutzutage auch noch. So cool. Können meine Kommentare schreiben, liebe Zuschauer. So. Ich bin schön unfuldig. Hm. War noch nicht einmal Traitor in der Folge. Wir können ja auch mal voll die Themen sprechen eigentlich in dem Spiel. Der Benni ist jetzt Traitor. Zum Beispiel Yarmärkte, Phantasialand, Sixfax waren wir ja auch hier in L.A. Auch extrem geil Achterbahnpark. Ich glaube es ist der Benni, weil der hat grad geschlagen. Ja, ja, ja. Ich hab einfach nur in die Luft geschlagen. Er hat gesagt, ich war in der Runde, ich war in der Runde noch kein Spiel. Ja, okay, er schieß mich, komm, er schieß mich hier, komm. Ich schieß den, ich schieß den. Ja, er schieß mich, so. Boah, Alter. Darf ich die Waffe haben? Alter, wer war das? Der Dennis. Wir hatten ihn erschossen. Das war der Dennis. Ey, hört auf zu schießen. Lass mich das beweisen. Ruhig. Wir gehen jetzt in die Halle. Lass mich das beweisen. Diskussionsrunde erstmal jetzt in der großen Halle. Ich würde auch sagen, wir sollten mal ein Tönchen reden miteinander, Freunde, ihr Penner. Hundertpro der Walle, Hundertpro der Walle. Der Dennis hat mich erschossen. Wo ist der überhaupt? Wo ist der überhaupt? Hier, ich bin weg vor dir, Alter. Okay, der Dennis, komm. Dennis, stell dich mal da vorne an die Wand. Der Dennis auf jeden Fall. Komm, ich beweis es, ich pack die Waffe weg. Jetzt wirst du hingerichtet. Der Dennis hat den gerade erschossen, Michael. Lass mich, lass mich das noch kurz erklären. Okay. Bleib doch stehen. Bleib doch stehen auf einer Stelle. Ja, ja. Bleib stehen auf einer Stelle. Bleib stehen auf einer Stelle. Bleib stehen jetzt! Ihr nervös ist! Ey, stopp, ich bin's gar... Ey Leute, ich bin's... Ich stell dich zurück an die Wand. Guck mal wieder, guck mal wieder in das Ohrp. Dennis. Oh. Es ist nicht. Es ist nicht. Wer ist es von euch? Alter, wer ist es von euch? Leute, jetzt mal ganz ruhig, ja? Wir sind zu viert. Wir sind zu viert. Alter. Guck mich nicht so an. Ja, der Patrick. Patrick, stell dich an die Wand. Ich bin... nein! Stell dich an die Wand. Ich bin da hinten auf. Wie direkt alle auf Patrick drauf gehen. Ich bin das 100 Pro. Alter, das ist der Patrick. Ich verwette mein Gehalt. Okay, ist das 100 Pro, hat er gesagt. Mein Gehalt. Du bist es 100 Pro. Du bist es 100 Pro. Selber gibst du's zu, oder was? So, also... Nee, dass ich's... Dass ich's nicht bin. Der Patrick ist es. Ich riss alles. Ich halte mich da raus. Nein! Der ist es nicht. Da muss der Walle. Jawoll. Der wollte... Der wollte das, dass wir uns alle gegenseitig... Boah, in der Sekunde hab ich auch geschossen. Mir war das so klar, mir war das so klar, dass es der Walle war. Halbe Sekunde später und du wärst tot gewesen. Was ein böser, böser Plan. Boah. Der Sarat ist da so ein Schweinehund ne? Durch strieben, wie gut er lügen kann. Mir war das so klar, dass du das warst, Alter. Oh man. Erst hab ich auf den Benni tatsächlich getippt, aber dann hab ich den Walle irgendwie lieb, weil er nämlich gesagt hat, der hat mich gar nicht ausreden lassen. Der wollte mich unbedingt hinrichten. Weißt du? Und ich glaub, wenn alle sich mit mir beschäftigt hätten, hätte der dann im Hintergrund alle Wie gut man hier Lügen lernen kann, ist der Hammer. Ja, ne? Du kannst das ja scheinbar schon. Boah, Walle, Alter. Ich will den nicht hetzen, aber... Ist ja nicht jeder so grund-ehrlich wie ich. Boah, Alter, ich lege hier voll gegen. Papi macht sich grad voll die Freunde im Internet. Eine neue Lüge. Hörri, wo gehst du hin? Ich hab mir gesagt, ich bin grund-ehrlich. Ne, Benni? Was? Ich wär echt kein Animal Trader, muss ich sagen. Benni ist es! Ja, genau. Okay, der Benni lacht von dir. Ich sag einfach gar nichts mehr ab jetzt. Ey, mich hat einer angezündet! Mich hat einer angezündet! Von hinten! Wer war das? Ja, 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 wer war das? Ich hab keine Granate gebrochen. Alter, Patrick, hör auf zu schießen! Ich hab ne Scout, ich hab gar nicht geschossen. Alter, Patrick, hör auf zu schießen! Ey, Patrick, hör auf zu schießen, Mann! Ich hab gar keine M4! Wo ist der Benni? Wo ist der Benni? Der Dennis! Alter, von hinten werd ich angeschossen! Alter, hör auf zu schießen, Mann! Hör auf zu schießen! Ey, Sarata! Nein, ich will jetzt nicht! Ey, wie das eskaliert hier! Dennis! Hör doch auf! Hör doch auf! Lass uns reden! Lass uns reden! Lass uns reden! Wie los mit euch, Mann! Ey, weißt du, der Patrick schießt, ich schieß so! Ja, ist klar! Leute, das mit dem Reden, nachdem man tot ist oder nicht reden, das klappt echt gut! Ja, Patrick, du bist tot! Schnauze! Äh, ich lebe noch! Was? Was? Der ist ja dann gestorben! Alter! Aber ich bin unschuldig! Okay! Wer sagt das? Warum denn nicht? Curry! Du willst unbedingt wieder die Schuld auf andere zuweisen! Ey, guck mal! Ich hab vorhin auch versucht, meine Unschuld zu beweisen! Was habt ihr gemacht? Ey, wir haben dich erschossen! Ja! Und? Weiß? Ja, äh... Alter, Curry! Sascha, äh, Dennis! Curry, ohne Scheiß! Der Dennis ist das, Mann! Nein, Mann! Wo läufst du jetzt schon wieder hin? Ich hab Angst vor dir, Mann! Weil du voll aggressiv bist! Ich bin aggressiv! Aggressiv! Boah, ich trau euch beiden nicht! Okay, der Patrick ist es! Ja, ich glaub auch, dass es der Patrick ist! Komm, Dennis, wir gehen uns den Patrick mal an! Weil der vorhin nämlich voll auf den Sarazar geschossen hat! Okay! Oh! Siehste? Okay, der Patrick ist es! Er hat auf mich geschossen! Der Curry ist das! Du hast auf mich geschossen! Man kann's genau sehen! Ja, weil du es bist! Ich bin's aber nicht! Wie der Patrick nicht lügen kann! Patrick, was kommt denn? Ja, okay, versuch's! Patrick, du bist ein richtiger Penner, Alter! Ohne Scheiß! Du schießt den Sarazar in den Rücken und alles! Was? Was denn? Mein Gott! Was hab ich getan? Was denn? Ich hab den Patrick getötet! Ja, dann ist es dann... Hä? Ja, guck! Ich hab den Patrick getötet! Ja, dann war's der Curry! Alter, ich glaub ich tot! Ja, das ist so lustig, euch zuzugucken! Ja! Ja, Benni! Wie er gar nicht tot ist einfach! Natürlich doch, Mann! Es ist so lustig, euch zuzugucken! Drück, drück, drück einfach mal Tapp! Dennis, komm her! Komm her, du Schlinge! Ja, komm her, du Schlinge! Komm doch! Komm her jetzt! Komm her, Mann! Oh, die Tür geht nicht zu! Alter, was machst du denn da? Die alten Sperren! Ich hab jetzt ein...männliches Schild! Ey, bin ich das? Dennis! Nein, warte mal, wer ist das? Das ist... Den brauchst du nicht mehr, Penny! Ach, das bist du! Du Schänder! Dennis! Komm! Komm! Alter, was hält du denn los? Ja, ja, BITCHES! Sie hat BITCHES! Sie hat gut gemacht! Geil, weil... Hast du so keine Waffe? Hä? Hattest du doch keine Waffe? Aber ich konnte nicht so schnell wechseln! Ich muss sagen, dass Dennis das richtig gut gemacht... Ja, es ist eindeutig, dass Dennis es war und ich wollte da halt ein bisschen mit Bendy's Leiche ein bisschen hinter sich... Ja, komm, Kobi. Ne Krofil, ey. Dass ich so unterst Tor durchgerutscht komme, weißt du. Wie du die Granate, wie du nicht damit gerechnet hast, Alter. Mit der Renate-Granate. Die hat mir eh keinen Schaden hinzugefügt. Aber wie du geflogen bist, Alter. Ah, das war schon eine lustige Nummer. Ich würde sagen, hier machen wir dann vielleicht mal ein kleines Poison oder machen wir noch eine Runde. Komm, eine Runde, genau. Ich glaube, das ist die letzte Runde. Eine können wir noch, eine können wir noch. Okay, die letzte Runde. Nach der letzten Runde ist es der Sarazam. Weißt du, wer schon lange nicht mehr Traitor war, der Sascha. Das stimmt. Mhm. Und was soll ich euch jetzt sagen? Weil mein Gefühl, mein Bauchgefühl sagt mir das. Ne, ich find's nicht. Ich find's wieder nicht. Nein, der Sascha sagt sonst die Wahrheit. Ja, vor allem, es ist ja noch gar nicht... Ah doch, jetzt ist es eingestellt. Dennis, da läuft einer hinter dir. Dennis, es ist auch nicht, sonst hätte er mir schon nix weggeschaut. Sehr, sehr lustig, Patrick. Hahaha. Ey, wie komm ich denn hier aus dem Raum raus, Hölle? Ich hab nicht mal ne Waffe. Ich bin in so'n Raum eingekerkert und komm nicht mehr raus. Sie sind voll viele Waffen, aber... Curry nicht so aggressiv, ne? Ich mach doch gar nix, lauf da noch. Bin hier mit dem Patrick unterwegs, mit dem Curry? Achso, komm mal durch. Dann ist ja easy. Patrick! Da, Hoss. Wo seid ihr alle? Was denn? Äh, wir sind jetzt in dieser großen Kammer, wo wir uns früher mal getroffen haben. Ich glaub der Saratsa... Saratsa, warum läufst du alleine rum? Hallo Patrick. Hallo. Hier ist der Benni. Ja, der Saratsa ist bei mir. Benni? Ja. Komm mit mir, komm mit mir. Okay, ich komm mit. Ich bin hier mit dem Patrick. Ich bin hier mit dem Patrick. Ich bin mit dem Kevin zusammen. Patrick. Du bist es nicht nochmal, oder? Nein. Das kann doch nicht sein. Alter, guck mal, das wäre die beste Möglichkeit gewesen, Patrick jetzt. Das ist schon mal hier? Ja. Du bist aber so gestrieben einfach. Ich bin mit dem Sascha zusammen. Ich bin mit dem Sascha zusammen. Sonst hättest du mich schon erschossen. Also wenn ich gleich nicht mehr rede, dann werden ich mich erschossen. Ja, der Sascha kann es auch nicht sein, weil der mich auch schon längst erschossen hätte. Weil wir alleine sind. Danke. Dann bleibe nur. Okay, dann muss es der Patrick oder der Dennis sein. Der Dennis, der hat mir gerade das Tor vor der Nase zugemacht. Okay, das ist der Patrick. Das war total fies. Nee, wirklich. Das hört man die ganze Zeit, Alter. Das ist der Dennis. Hast du eben auch gehört, ich war aber unschuldig eben. Das ist der Dennis. Nein! Wie soll ich das beweisen? Warte, ich stell dich hier an die Wand. Stell dich hier an die Wand, Patrick. Komm. Patrick, stell dich an die Wand. Pack die Waffe weg. Pack die Waffe weg. Er war es tatsächlich nicht. Eiskalt. Dennis. Dann ist der Dennis. Dennis. Das ist der Taros. Das ist der Taros. Der Dennis war es auch nicht. Gucken, was die machen. Dennis war es auch nicht. Der ist auch gestorben. Will das aber sehen, mach wieder auf. Das wäre gestorben. Ich mach auf. Es ist der Taros. Es ist der Taros. Nein, ich habe ihn, ich habe doch gerade den Patrick getötet. Doch, du hast ihn gerade erschossen. Ja, weil er mich angegriffen hat. Das ist der Patrick. Der Patrick ist ja auch tot. Ich bin es nicht. Der Patrick ist nicht tot. Ich bin es nicht. Der Patrick ist aber nicht tot. Patrick ist wohl tot. Der liegt hier. Hier liegt Patrick. Hier liegt Patrick. Achso, okay. Boah! Sascha, was du so ein Arschloch bist. Sascha, was du so ein Arschloch bist. Wie ich es wusste. Wie ich es wusste. Das hast du nämlich vorhin, vorhin hast du das nämlich schonmal gebracht. Wie? Gerade? Der Sascha ist auf gar keinen Fall. Ich bin nicht so hilflos rausgeredet. Ich bin so enttäuscht. Einfach nur maßlos enttäuscht. Ich bin verzweifelt. Tut mir leid. Das war wieder eine neue Runde von TTT und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst es uns wissen. Außerdem die Diskussion mit Freizeitparks. Da fahrt ihr gerne auf Kirmes und sowas alles. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde uns interessieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Episode. Ciao! Tschüss! Bye-bye! 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 Bye-bye!